Hi Leute, ich bin's. Shit happens. Ich habe leider das Spiel verwechselt. Und das tut mir auch echt leid. Das war nicht meine Absicht und schon gar nicht mein Ziel. Und von daher sorry an die Fangemeinde von World of Warcraft. Wie gesagt, das war nicht meine Absicht, mein Ziel. Das ist mir in dieser langen Live-Situation, an diesem doch sehr anspruchsvollen Tag, immerhin stand ein Massenmörder vor Gericht und hat ziemlich Klartext geredet, leider passiert. Aber soll die Sache auch nicht entschuldigen. Also, klares Sorry von meiner Seite für diese Verwechslung.